hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von production line hier aus der game studio mein name ist master schröder und wir sind hier weiterhin noch am forschen dass wir hier die karosserie montage noch vereinzelt kriegen und werden das dann dort von hier aus langsam aufbauen ich weiß nicht ich glaube ich müsste mir auch punkte machen wo ich denn mehrere parallel verarbeiten kann obwohl in der anlinie jetzt erstmal nicht da wird halt die türen montage das letzte sein was wir noch offen lassen müssen wo natürlich dann noch diese beiden dinge hier dazu kommen mal die dach montage die kümmer auflöst 37 ach so das ist eine dach herstellung ok da kann man noch herstellungsteilung haben wir schon eine eigene herstellung denn auch erforschen können okay gut da sind wir wahrscheinlich effektiver oder beziehungsweise kostengünstiger bei der autoherstellung so ein konkurrent hat den tempomaten erforscht glaube wir müssen da irgendwann auch mal loslegen dass wir dann noch die ganzen einbauteile erforschen aber jetzt haben wir auf jeden fall die karosserie haben spezialisierung das heißt hier haben die überrollkäfig montage die motorhauben heckklappen stoßstangen kotflügel zielleisten und ventilations montage alles als einzelne schritte so wenn man ganz kurz gucken was machen wir als nächstes wie wäre es mit der türen geschichte hier so die erforschen wir jetzt auch noch und dann sind wir doch relativ fix sind hier unterwegs so das heißt also wir werden jetzt ja den produktionsschritt hier erstmal unterbrechen dass die hier die autos noch alle durch produzieren alles was hier so geht und jetzt schon ganz gut aus kann ich die kann ich die von der richtung umdrehen kann ich nicht sonst hätte ich ein paar zurückgeschickt na gut lassen wir den drei hier fertig machen wenn er noch drei fertig machen dass er bis da dann dann sind wir da durch und dann können wir dann hier die hoffentlich haben wir dann ausreichend geld auch dafür um diese montage straße so aufzubauen wie wir sie erstmal aufbauen wollen und wir müssen natürlich auch noch zu sehen dass wir in die breite gehen können also das ist ja eigentlich brauchen wir es nicht mehr wir müssen nur die türen montage dahinten da müssen wir platz halt lassen noch dass wir die einfach dann ersetzen so und hier gibt es dann produktionsstätten ach das kann man dann nochmal auseinander nehmen was zwei minuten runter geht ok ok so gut jetzt haben wir hier den punkt erreicht an dem wir hier alles die hälfte kriegt man wieder jetzt haben wir 500.000 mit denen wir jetzt klarkommen müssen und wir müssen daran denken dass wir bei der kotflügel montage platz lassen weil die kann man irgendwie noch auseinander nehmen gut also das hat einfach platz lassen dass wir diesen rausnehmen und wieder noch einsetzen können ich denke mal die teile die werden ja dann von der größe her nicht anders sein spiegel montage ist auch einzeln okay das sind dann drei einzeln schritte dann gucken wir also das ist die türen montage ja rotflügel montage sind dann zwei einzeln schritte dann lassen wir die die wo wir noch zerlegen können da stehen so also wir haben denn hier eine überrollkäfig geschichte wir werden hier unten anfangen ich werde unten na gut muss man halt einmal um die ecke rum ist ja nicht wieder schlimm dann haben wir die motor montage die ist auch einzeln für sich dann haben wir die heckklapp montage ist auch einzeln für sich dann haben wir die stoßdauer montage die können wir nachher noch auseinander nehmen dann müssen wir ein bisschen platz lassen da können wir nicht nur zwei draußen machen da ein hinter einem gut dann haben wir die kurzflügel montage die haben wir gerade wo stangen die leisten montage haben wir dann dann haben wir die kurzflügel montage da kann man nachher auch zwei draus machen so hoffe dass das ausreicht es nicht zu groß wird dann haben wir die ventilations montage dann kommt die dach montage dann kommt die dach montage dran und dann kommt die türen montage dran das ist schon mal das ist schon mal nicht schlecht so gut dann wollen wir jetzt förderbinder und zwar brauchen wir förderband was jetzt so wie viel haben wir noch 338.000 das geht doch ein förderband was hier jetzt so durch geht darum hier unten lang einmal hier komplett durch da oben rum und sich da anschließt so Interessant, jetzt habe ich das so rumgezogen Aber es hat trotzdem die Pfeile noch da Ah, na gut, okay Vielleicht entscheidet er das automatisch Wie die Pfeile gehen, gut, okay, also Dann würde ich mal sagen Keine Verbindung zum Material Ah ja, alles klar, Moment, da haben wir noch ein Problem Ich muss das hier mal ganz kurz zusammenklappen Wir brauchen noch das Produktionsmittel Förderband Ähm Ja Oh, jetzt müsste alles verbunden sein Gut, dann geht es weiter Sieht man jetzt, dass die Produktionskosten von dem Auto runtergehen oder so Verkaufspreis, Rabatte haben wir nicht Mängel ein, okay Gleiches Preis-Leistungsverhältnis 33%, falscher Karosserie-Stil Ähm, sehe ich denn jetzt, Momentchen hier Wie so ein Auto Einfaches Auto, 16.014 Das heißt, hätte man sich mal merken sollen Ob das jetzt billiger geworden ist oder nicht Aber auf jeden Fall haben wir hier jetzt schon mal die Karosserie-Produktion gut auseinandergezogen Müsste man theoretisch die Lackiererei ein bisschen auseinanderziehen Damit wir das auf einen ähnlichen Takt kriegen Aber momentan ist glaube ich Ey, auch zu langsam, um den immer kontinuierlich zu füttern, ne Ja Er braucht insgesamt 12 Minuten, ja, 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 ja Müssen wir das auch noch auseinander beklammeln, aber das kriegen wir hin So, was forschen wir jetzt eigentlich, was war gefragt Unspezialisierung, alles klar Und dann müssen wir noch Oh, das kostet aber viele Punkte Das lassen wir dann erstmal so Aber Türen, das wollte ich unbedingt noch auseinander nehmen Damit wir da, ähm Noch die Zeit etwas einkürzen Und dann machen wir unsere Karosserie Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, dass ich Neue Features erforsche Und wie weit das sinnvoll ist Obwohl ich hier die 15 Tage, wenn man diese Challenge da hat Ich denke, das könnte man ganz gut hinkriegen, ne, dieses Szenario Gut, aber wir probieren hier erstmal Das ist ja sozusagen jetzt der erste Run hier Wir wollen mal gucken, wie das Spiel funktioniert Und bis jetzt gefällt es mir eigentlich ganz gut Ja, und hier ist natürlich der große Stau, okay Neue Kredite sind verfügbar Der Konkurrenz hat automatisch einen Scheinbächer erforscht, okay Die ist eigentlich unsere Produktionsstatistik momentan Ne, wo ist das nicht denn das wieder Warte mal natürlich hier, ne Momentan können wir Drei produzieren pro Stunde Kommt schon etwa hin Ne, müsste eigentlich mehr sein mittlerweile, ne So, da haben wir dann die nächsten Karosserie-Teile Dann wählen wir das nächste Forschungsprojekt Und da würde ich sagen, gehen wir auf Hm Was ist die Frage? Da schalte ich bloß das frei, dass ich das hier ein bisschen Dass ich da drinnen forschen darf Äh, Fabrikerweiterung Erlaubt Fabriken zu erweitern Verwaltung Marketing Printmedien Fernsehwerbung Kinowerbung UA-Spezialist Funktionskontrolle Abgassuntersuchung Okay Verbessern die Inspektion Entscheidet Upgrade-frei Visualer-Check QR-Spezialisierung Nachpassung, Mängel beseitigen Das ist natürlich auch nicht schlecht, ne Aber es kostet richtig Geld hier Erweiterte Produktion Servomotorherstellung Mhm Puh Ähm Ich glaube Fahrwerk wäre nicht schlecht, oder? Wenn wir die einzelnen Fahrwerksmontagern haben Dann können wir auch die Axt-Spezialisierung machen Batterie Aha Batteriemodulproduktion Batterie Zellenproduktion Das kostet ja richtig Geld Äh, haben wir den Elektroautos? Hm Ähm Längsternmontage Ich glaube das ist nicht schlecht, wenn wir den Anfang schon mal ein bisschen Bisschen beschleunigen So, erforschen Wir werden dann sowieso noch 20.000 mal umbauen hier alles Aber wir haben ja momentan noch 300.000 So, das heißt wir haben jetzt hier bei der Türen-Geschichte Wo ist denn die Türen-Geschichte? Welche habe ich jetzt noch erforscht? Äh, Fragestellen Karosserie-Montage Türen-Montage Türen- und Verkleidung Hinter der Dach-Montage ist das Wo sind denn hier die Türen-Montage? Hier ist die Türen-Montage Das ist ja ganz am hinten Ende Das ist ja sehr gut Dann würde ich dann mal ganz kurz hier Den Kraftfahrzeugsfluss unterbrechen Die Türen-Montage ausbauen Und dann geht's los Dann machen wir Tür-Verkleidungs-Montage Guck mal, das passt schon gar nicht mehr ins System hier rein Dann Na Nehmen wir das mal weg Dann nehmen wir die Fenster-Montage Und dann können wir hier noch die Spiegel-Montage machen Gleich hinterher an Fertig aus Mickey Mouse So, dann brauchen wir wieder Förderbänder neu Ähm, Förderbänder haben So, dann kann das da durchgehen Und dann brauchen wir hier noch Produktionsmittel-Förderband wieder Und dann können wir hier noch mal Ist jetzt alles angeschlossen? Ich hoffe Ah ja, jetzt kommen hier die Spiegel an Die Dinger kommen an Und die Türen sind da Und schon geht das hier Robel die Katz Achse-Montage mit Das ging ja auch fix jetzt das Erforschen Uiuiui Ähm, nächstes Forschungsprojekt Gut Dann können wir die Achs-Spezialisierung gleich Machen wir auch gleich mit, ne? Ja Also wir erhöhen unsere Schlagzahl Wir können produzieren ohne Ende Und richtig Autos rauswerfen Naja gut Jetzt werden sie sich hier unten stauen Wir müssen die Lackierereien umbauen noch Äh Oder kann ich da bei der Trocknung Kann ich bei der Trocknung? Gibt es da noch irgendwas Was man da erforschen kann bei der Lackiererei? Momentan Gucken wir mal Ne, Polierung ist noch was, was wir freischalten können Aber das müssen wir wirklich durch mehrere Sachen dann erledigen Das heißt, das werden wir hier nochmal Dann nochmal neu durchkonzipieren Dass wir, äh Vier Trocknungen parallel haben oder so Warte mal, wie lange dauert das hier? Das dauert drei Minuten Naja, fast vier, ne? Mal drauf gucken Das ist vier Minuten und das braucht 12 Minuten, dann brauchen wir drei davon Das dauert auch vier Minuten Und das 14 Minuten brauchen wir auch drei von Also wir müssen dann drei Trocknungen bedienen Jeweils mit einer Lackierbude Das müssen wir noch Das müssen wir mal noch einrichten Ich denke mal, finanziell können wir uns das leisten Wenn wir das jetzt hier nochmal Umstrukturieren Aber dann geht das hier schon in die Breite Und dann nehmen wir uns den Platz weg für andere Sachen Also weiß ich noch nicht ganz genau Ob ich das gut finden soll oder nicht gut finden soll Dann müssen wir die erstmal durchlackieren lassen Hier in die Autos Können aber dahinter schon mal anfangen Das mit der Lackiererei hier richtig aufzubauen So, da brauchen wir nämlich Das kann auch nochmal Da brauchen wir nämlich hier Lackierung Wir brauchen einmal eine Farbgrundierung Die kommt da hin Dann brauchen wir Modierungstrocknung Und davon brauche ich drei Stecken Eins Zwei Drei Ähm Ah ja Zwei 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 So, die können wir da hinkommen. So. So. Und dann brauchen wir da wieder drei Tockenungen dahinter. Eins, drei, drei. So. Und das Ganze können wir da anschließen. So, jetzt kommen von da noch ein paar und von da noch ein paar. Dann haben wir wenigstens alle Autos, die wir so halbfertig haben, werden dann mitproduziert. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob das sich hier mit den Förderbändern, ob das funktioniert. Startup-Unternehmen. Okay, die Produktion läuft und die ersten Autos sind vom Band gelaufen, aber das war es noch nicht, oder? Voraussetzung, stell 100 Autos in einem einzigen Spiel her. Na, das ist doch schon mal schön. Dann haben wir wieder ein Archivement, womit wir aufhören können. Achso, jetzt habe ich mir mal alle angezeigt. Das ist doch richtig gut. Wir haben die Produktionsstraße, achso, ja, die Produktionsstraße erweitert. Und können jetzt hier gleichzeitig mehrere Autos trocknen. Das sollte sich so einigermaßen dann vom Timing her ausgehen, dass wir dann, ja, eigentlich genügend Zeit haben, die Autos durchzuproduzieren. Und der geht dann da rein, ja, das passt so alles, das geht auch ganz gut, doch, ja. Ja, dann müssen wir hier hinten natürlich jetzt irgendwie noch uns erweitern. Und ich glaube, wir müssen eine Erweiterung kaufen, damit wir da weitermachen können. Also momentan haben wir sehr viel Wert auf das hier gelegt, dass wir das schön auseinanderziehen. Müssen aber auch dafür sorgen, also das kommt ja dann eh weg, dass die Dinger hier auseinandergezogen werden. Und sich das hier so rumschlängelt und dass wir dann die Endkontrolle natürlich auch noch irgendwo mit unterbekommen. Die Elektronik und die ganzen anderen Sachen. So, vorwiegend wollen wir aber uns natürlich erstmal wegen der Forschung auf... ...auf dieses Achsgelumpe hier vorbereiten und wollen hier vorne den Einstieg natürlich noch beschleunigen. Gut, okay, wir haben weitere Ziele für die nächsten Folgen. Keine Verbindung zum Lagerbestand, oh. Moment, das müssen wir noch schnell beheben. Das geht so natürlich nicht. Das Lagersystem muss natürlich verbunden sein. So, sonst gibt es nur Probleme. Sonst kann er da nicht lackieren, das wäre natürlich schlecht. Die Fundierung hat geklappt. Achso, ja, die war ja noch angeschlossen von vorher. Alles klar, weil die direkt daneben stand. Ungenehm Ressourcen, naja gut, das mit den Ressourcen, da müssen wir hier wahrscheinlich nochmal einen Importer dazu nehmen. Damit da was geht. So, weil die Bestellung an den Teilen hier, dieses Set doch relativ groß. Oh, der importiert gerade nichts. Naja gut, weil der wahrscheinlich immer näher dran ist als hier. Gut, okay. Aber wir wollen die Folge beenden. Das war eine Folge Production Line hier aus DGames Studio. Mein Name ist Master Schröder. Und hier sehen wir schon das Problem. Irgendwie werden die nicht nach da abtransportiert. Ach, wie finde ich denn das wieder? Moment, das müssen wir auch noch. Alles klar. Du willst es so haben. Dann kriegst du es so. So, Männchen bitte. Jo, nächstes Forschungsprojekt. Männchen, das geht jetzt. Jetzt kommen wir doch hier nicht raus. Moment, Moment, Moment. Jetzt müssen wir noch schnell mal die Motorspezialisierung, weil ich jetzt noch reinhauen kann. Wenn das auch vereinzeln kann. Habe ich doch gerade gemacht. Ich will gerne ein Förderband machen. Und zwar eins, was von hier kommt, nach da geht und dann hier so durchläuft. Und dann hier reingeht oder hier reingeht oder hier reingeht. So. Das können wir hier natürlich jetzt nicht mehr gewährleisten. Dafür haben wir hier zu wenig Platz gelassen. Aber da scheint das irgendwie zu funktionieren. Okay, gut. So, da kommt es aus der Trocknung raus. Da wird es lackiert. Ja. Und jetzt ist natürlich... Achso. Hier müssen wir natürlich mal ganz kurz... Das Montageband nochmal abklücken. Weil das Förderband noch nicht in den richtigen... Mann, manchmal ist das aber auch... Das Förderband ist schon tricky. Kann so und so. So. Gut. Und dann sehen wir schon, jetzt ist wirklich die Motormontage das nächste, das wir auch forschen, was wir wirklich auseinandernehmen müssen. Weil hier lackiert kriegen wir jetzt schon so viele Autos hier. Das läuft schon ganz gut eigentlich. Hier vorne können wir beschleunigen. Und hier hinten können wir natürlich auch noch richtig was rausholen. Gut, okay. Das soll es erstmal gewesen sein. Bis morgen. Tschüss.